Die jüngste Mars-Mission gilt als Meilenstein in der Raumfahrt Chinas. Gemeint ist die Landung des Mars-Rovers Zhurong, wie Chinas Staatsmedien am Samstag stolz verkündeten. Entsprechend groß war die Freude in Peking. Der solarbetriebene Mars-Rover soll Daten zu Wasservorkommen im Untergrund sammeln und nach Hinweisen auf Leben fahnden. Das unbemannte Fahrzeug war vom Raumschiff Tianwen-1 ausgesetzt worden, das im Juli vergangenen Jahres von der Erde aus gestartet war. Damit ist China nun erstmals eine Landung auf dem Roten Planeten gelungen, wie die chinesische Raumfahrtbehörde mitteilte.